Musik Potsdok 2017, es ist 16 Uhr, beste Kaffeetrinkenszeit, aber wer will schon Kaffee trinken? Wir doch nicht. Eine Frage, kennt jemand noch Dalli Dalli? Ja, Dalli Dalli. Immerhin, die Hand gehen, die Hände gehen hoch. Kennt jemand auch den großen Preis? Ja. Super, denn das wird gleich so ähnlich hier vonstatten gehen. Auf der Bühne sitzt der Buddler, also Mirko Gutjahr. Und er macht ein geheimes Kabinett-Potsdok-Spezial. Und zwar schreibt er dazu, der große Preis mit Wim Tölke, das kennt ihr noch. Aber auf der Basis von historischen Geschehnissen, die so abseits oder anzüglich sind, dass sie kaum je in ein Schulgeschichtsbuch kommen würden, bekommen vier Kandidatinnen aus dem Publikum die Möglichkeit, auf einer risikoähnlichen Ratewand Punkte zu sammeln. Die beste Unterhaltungsshow seit Spaß mit Flaggen. Viel Vergnügen mit Mirko Gutjahr. Ja, herzlich willkommen. Ich darf euch ganz herzlich beim ersten, wahrscheinlich einzigen Folge des Geheimkabinetts-Potsdok-Spezial 2017 begrüßen. Ich bräuchte gleich mal vier Freiwillige. Es gibt auch was Schönes zu gewinnen. Also ihr könnt euch auch nicht blamieren. Es ist alles ziemlich easy bei mir hier. Einen Kandidat habe ich schon vorhin gehört. Das ist der Frank, der sich netterweise dazu bereit erklärt hat. Brauchst auch gar nicht bis hier vorne kommen. Das heißt, du möchtest gerne. Aber wir haben eigentlich auch ein Handmikro. Du brauchst immer nur zwischendurch mal deine, wenn du dran bist, dann deine Frage zu beantworten. Gibt es denn noch weitere Freiwillige? Ich erkläre gleich auch das Spielprinzip. Ja, genau. Wunderbar. Zweiten, dritten, noch einen vierten brauchen wir. Auch gerne eine Frau, das ein bisschen ausgeglichen ist. So viele Frauen anwesend. Ja? Würdest du? Nee, nicht. Noch ein vierter? Sonst müssen wir es auf drei um. Sonst machen wir drei draus. Wunderbar. Sehr schön. Da haben wir vier Kandidaten. Perfekt. Genau. Wacht mal schnell mal euren Namen. Das war einerseits... Moment. Ja, genau. Genau. Wir fangen... Damit geht das Spiel los. Wollt ihr einfach vorne auf die Bank kommen? Bisschen langes Itro. Super. Funktionieren die. Tun sie. Ja, wer es erkannt hat, das ist die Musik von Jeopardy. Da ist nämlich die Vorlage von ein bisschen geklaut. Das Spielprinzip ist relativ ähnlich. Wenn ihr Jeopardy kennt, ist es eigentlich das Gleiche. Es gibt eine Ratewand, die seht ihr gleich. Jeder von euch hat ringsherum gehend immer einmal die Möglichkeit, ein Feld auf der Wand auszusuchen. Es gibt von 100 bis 500, jeweils natürlich mit entsprechendem Schwierigkeitsgrad. Hört man mich noch? Ja. Ja, mit entsprechendem Schwierigkeitsgrad, weil ich fühle mich gerade mir selber nicht mehr. Also erste Frage sind dann mit zwei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Fünfte Frage mit sechs Antwortmöglichkeiten und so weiter. Am Schluss, also wie gesagt, ihr sammelt die Punkte. Wenn ihr die Frage richtig erraten habt, dann kriegt ihr die Punkte gut geschrieben, sonst werden sie abgezogen. Und am Schluss gibt es noch eine Finalrunde, wo jeder von euch die Möglichkeit hat, von dem gewonnenen Summe geheim, da gibt es nachher dann noch Kärtchen für, eine Summe festzulegen, die er nochmal setzt, die dann nachher verdoppelt wird oder eben abgezogen wird. Und es klingt alles sehr kompliziert. Ich glaube, es ergibt sich relativ schnell beim Spielen selbst. Ich trage mal ganz schnell auch Namen ein. Also wir haben einmal seit den Frank. Dann ruft mir einfach gerade den Namen hoch. Elektrobier. Elektrobier, Moment. Genau. Ja. Christian. Christian. Ich schreibe das nicht, ne? Christian ohne V. Und im vierten Kreis der Daniel. Daniel, genau. So, und schon geht's los. Baut sich die harte Wand auf. Und was natürlich jetzt noch fehlt, sind die Kategorien. Es gibt für jede der Reihen, gibt es eine eigene Kategorie. Ich werde die euch jetzt gleich auch vorstellen. Und hintergrund die bekannte Geheimkabinettkategorie. Und natürlich gibt es gleich das passende Thema zur Sache, Schätzchen. Da geht es dann, wie die Samen schon sagt, zur Sache. Einfach göttlich. Religion im weitesten Sinne. Schräge Vögel. Besondere Exzentriker und andere Menschen. Tierisches, der Name sagt es schon. Menschlich allzu menschliches über menschliche Dinge. Und Bon Appetit als letztes Essen und Trinken in weitester Form. So, Frank, du bist der Erste. Ich glaube, du musst doch das Ding entmuten. Wenn es nicht mehr leuchtet, müsste man dich hören. Ich kann das mal versuchen, aber ich glaube, man hört mich. Perfekt. Ich höre mich zumindest. Was darf sein? Ich nehme einfach göttlich für 200. Einfach göttlich 200. Schauen wir, was sich darinter verbirgt. Das siebte Weltbunder, das Mausoleum des Mausolos in Halikarnassos, wurde nie als Grab benutzt. Warum? Antwortmöglichkeit 1. Seine Frau änderte ihre Meinung und trank die Asche in Wein. 2. Es war zu klein für den dicken König. Oder 3. Mausolos wurde zum Gott erhoben und brauchte auch kein Grab mehr. Ich tippe mal auf die 3. Du tippst auf die 3 und wir schauen uns an, welche Antwort ist es? Nein, es ist die 2. Seine Frau hat nämlich dann beschlossen, ihn zu verbrennen und ihn zu trinken. Deswegen blieb das Grab leer. Schön, das heißt leider keine Punkte. Und weiter geht's. Ich probiere. Ich mag schräge Vögel. Ich hätte gerne schräge Vögel für 100. Schräge Vögel 100. Wofür steht eigentlich das S im Namen des Präsidenten Harry S. Truman? Ist das für Superman oder nur für den Buchstaben? Ich gehe davon aus, dass Superman erst nachdem Truman geboren wurde, erschien. Vermutlich wird es deshalb wie bei Homer J. Simpson einfach nur für den Buchstaben stehen. Ich nehme die 2. Und die Antwort lautet, du hast völlig recht, nämlich nur für den Buchstaben S. Die Vorfahren von Truman hatten nämlich alle Vornamen, die mit S begannen. Und seine Mutter wollte nicht, dass es einfach so weg wäre. Und deswegen, weil sie sich nicht für den Namen entscheiden konnten, haben sie einfach nur das Harry S. Truman übernommen. Sehr schön. Gibt zwar 100 Punkte aufs Konto. Juhu. So, dann der Christian. So, es geht reihum. Genau, reihum. Achso, dann nehme ich einfach göttlich 400. Einfach göttlich 400. Ja, Papst Gregor VII. führte einen moralischen Feldzug gegen den Verfall der Kirche und Verbot unter anderem was? Erstens, Seilspringen. Zweitens, das Zeugen von Nachwuchs. Drittens, Kerzen. Den Namen Gregor. Viertens oder fünftens, das Lesen in der Bibel. Ich schätze Kerzen. Du meinst Kerzen? Wir schauen uns die Antwort an. Nee, Bibel lesen. Er glaubt, dem ich das führe nur zum Nachdenken und von dort sei es zur Ketzerei ein kleiner Schritt. Mag er recht haben. Muss leider Punkte abziehen. Okay, weiter geht's. Daniel, was darf sein? Ich nehme zur Sache Schätzchen für 200. Zur Sache Schätzchen 200. Was ich noch vergessen habe, ihr dürft natürlich auch, ihr dürft jeweils einen Publikumsjoker benutzen. Das heißt, ihr dürft einfach mal die Runde fragen und euch abstimmen, welche Antwortmöglichkeit es sein dürfte, wenn ihr wollt. Also einmal dürft ihr das jeweils machen. Entschuldigung, was hat das zur Sache Schätzchen 300? 200. 200, alles klar. Ja, wofür dienten eigentlich die erotischen Wandgemälde in der öffentlichen Badeanstalt in Pompeji? War das erstens Werbung für das Bordell nebenan? War das zweitens eine Erinnerungshilfe? Oder war es drittens ein Hinweis auf ein Verbot? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, es ist tatsächlich die Werbung für das Bordell nebenan. Es ist das älteste Gewerbe der Welt. Bist du ganz sicher? Nein, aber ich nehme das jetzt. Du nehmst das jetzt, okay. Antwort 1 ist leider... Moment, da habe ich ja so was Schönes hier mitgebracht. I said no! Leider nein, es ist tatsächlich eine Erinnerungsstütze. Darunter befanden sich nämlich die Ablagen für die Kleidung. Und da nicht alle Römer lesen und schreiben konnten, konnten sie sich dann mithilfe der Sexposition merken, wo sie ihre Kleider gelassen hatten. So vermutet man das zumindest. Das Lustige ist, dass die Positionen, die dargestellt werden, auch nicht den üblichen Sexpraktiken entsprachen, sondern sozusagen eher zum Amüsement der Leute da war. Gut, müssen wir leider abziehen. Ich hoffe, wir müssen nachher nicht in den negativen Punkten irgendwie. Das wäre dann ein bisschen schwierig. Okay, weiter geht's. Frank. Ich nehme Bon Appetit für 300. Bon Appetit für 300. Im Land der Bibel gab es früher keine Äpfel. Warum bissen Adam und Eva doch in einen? Erstens, das rote Apfel steht für die Sünde. Zweitens, Äpfel hielt man für einen Aphrodisiakum. Drittens, der erste Teil der Bibel stammt aus Mitteleuropa, wo es nämlich Äpfel gab. Oder viertens, die Namensgleichheit zum Wort für das Böse war der Grund dafür. Hm, ich glaube, also drei, die Äpfel kamen irgendwie aus Zentralasien, soweit ich weiß. Namensgleich aus, Namensgleichheit, oder Aprosisiakum. Ich versuch's mal mit der Zwei. Die Zwei. Und die Antwort lautet... Vier, sorry. Es ist tatsächlich, das Wort für Böse und für Apfel heißt beides im Lateinischen Malum. Und deswegen hat man, obwohl es sich gar nicht um einen Apfel gehandelt hat, das gerne als Apfel dargestellt. Das kleines Zeichen dafür. Tut mir leid. Schön zu wissen. Trotz allem. Okay, ich seh schon, die Fragen sind vielleicht ein bisschen heftig gewesen. Gut. Ne, find ich nicht. Das wirst du jetzt gleich beweisen können. Ja. Denn du nimmst nämlich... Ich nehm, ja, hat noch keiner menschliches, allzu menschliches. Menschliches? Für 200. 300. Als Queen Victoria, das ist das einfach, glaube ich, als Queen Victoria 1837 den Buckingham Palace bezog, gab es dort kein einziges erstens Bett, zweitens Türschloss, drittens Badezimmer. Ähm. Ich überlege gerade, ob man das mit der Sauberkeit damals nicht so gehalten hat. Ich habe Storys gehört im Geschichtsunterricht, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass die Könige damals nicht gebadet haben und es alles ziemlich gerochen haben soll, aber ich glaube, das war noch ein paar Jahre davor. Betten wird es gegeben haben, Türschlösser? Ähm... Ja, die haben ja eigentlich Wachen. Ich nehme die zwei, das Türschloss. Du nimmst das Türschloss und warst knapp dran. Das war das Zimmer tatsächlich. Die Fragen sind doch zu schwer. Ich merk's ja. Denn, äh, Victoria hat dann viel einrichten lassen. Sie war recht fortschrittlich. Sie ist unter anderem auch eine Frühform des Wasserklosets installieren. Also manchmal heißt es, sie hätte das erste Wasserkloset gehabt, aber das stimmt nicht so ganz. Es ist zwar mit Wasser spülbar gewesen, aber noch nicht die Form, die wir heute kennen. Gut. Tut mir leid. Ich glaube, es geht nachher darum, wer am wenigsten verloren hat. Gut. Dann der Christian. Dann bleiben wir in der Kategorie Menschlich, also Menschlich für 400. Das Schlimme ist, eins davon ist wirklich wahr. Wahrscheinlich ist es nicht das einfachste und offensichtlichste. Uff, was ist das offensichtlichste? Also Fäkalien wäre irgendwie langweilig. Ja, nicht alles gleichzeitig, also es war dann immer nur eins davon, wirklich nur eins davon. Achso, ja genau, bitte ins Mikro sprechen, genau. Ja, Fäkalien wäre irgendwie langweilig. Weil so schön absurd ist nämlich die drei. Die drei, ja. Es gibt so eine Tendenz, man nimmt gerne das längst, die längste, weil die ganz oft die richtige ist. Aber ich muss mich leider enttäuschen, es ist die eins. Und er hat dann auch ein schönes Pseudonym dafür gewählt. Er nannte sich nämlich Dr. Shit. Und das Buch hatte den schönen Titel Human Order. Also menschliche Hinterlassenschaften dann auch so daneben noch zwei Bücher über das Furzen geschrieben. Also ein Buch darüber zu schreiben ist das eine. Ich habe mir auch schon gedacht, man kriegt mal zwei Bücher damit vor. Ich habe auch keine Ahnung, muss ich gestehen. Gut, weiter geht's. Der Daniel ist dran. Wollen wir nicht auf den Timer drücken, sondern genau. Was darf es sein? Ich nehme tierisches für 300. Tierisches für 300. Ach ja, meine Lieblingsfrage. Wofür gab da römische Dichter Vigil das Vermögen von 800.000 Sesterzen aus? Also je nachdem, wie man es ausrechnet, ungefähr 100.000 Euro nach heutigem Kaufwert. War es ein Nashorn mit drei Beinen oder zweitens ein Rosshaar von Pferd der Kaiserin? War es drittens die Beerdigung seiner Lieblingsfliege oder war es viertens die erste Schönheits-OP in der Geschichte für eine Katze? Weil es mir am absurdesten erscheint, nehme ich die drei, die Beerdigung der Lieblingsfliege. Die drei. Und wir schauen, ob es richtig war oder nicht. Ja, es war richtig. Tatsächlich hat er eine Fliege beerdigen lassen. Wie er sagt, sein Lieblingshaustier. Was war der Hintergrund? Er hat ein Mausoleum dafür gebaut und das war ein juristischer Trick, denn in dieser Zeit sind viele Gegner des Kaisers mit Grundstücksbeschlagnahmung bestraft worden und es gab ein älteres Gesetz, dass Grundstücke mit einem Mausoleum darauf nicht beschlagnahmt werden durften. Und das hat Vigil da sich gut ausgedacht. Sehr schön, richtig gewusst. Gewusst ist jetzt ein hartes Wort. Achso, Entschuldigung, Verzeihung. Ist schon falsch vertippt hier. So, Entschuldigung. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Gut. Dann der Zwischenstand. Frank. Soll ich dir erzählen? Frank minus 500. Elektrobier minus 100. Christian minus 800. Daniel 100. 100 führt. Sehr schön. Ho, ho. So, was darf es sein? Frank ist wieder dran. Ich versuche es mal mit einfach göttlich 100. Einfach göttlich 100. Welche seltsame Reliquie wurde angeblich im mittelalterlichen Lausanne verehrt? War es erstens eine Ratte, zweitens ein Elefant. Die Hand daneben soll nicht verwirren. Das ist einfach nur ein Reliquiengefäß, das ich mal zeigen wollte. Ähm, ja, Lausanne ist, oh, ist das jetzt Schweiz oder Frankreich? Äh, Schweiz glaube ich, ne? Schweiz. Wo war die hier nochmal die Auslandsschweizerin? Die ist natürlich nie da, wenn man sie braucht. Ja, die große Frage ist natürlich, ähm, haben die den Elefanten verehrt, weil er von Hannibal dort, äh, persönlich noch lang geführt wurde? Äh, ich versuche es mal mit der Ratte. Die Ratte. Antwort 1. Und das ist richtig. Ja. Eine Ratte, denn die hatte die geheiligten Rosti, äh, Rosti, Rostessen gegessen. Nein, die hatte geweihten Rostien und Teile der Reliquien gefressen und galt nun selbst als heilig. Jedenfalls wurde die Geschichte so erzählt, ob es stattgefunden hat oder nicht. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber angeblich war das der Fall. Herzlichen Glückwunsch, die Frage war richtig. Und der Elektrobier ist wieder dran. Ja, ich mach mal Punkte. Ähm, ich hätte gern Schrägevögel 400. Schrägevögel 400. Genau. Märchendichter Hans-Christian Andersen trug zeitlebens immer einen Gegenstand bei sich. Wohin er gegen uns stand? Ähm, und zwar war das erstens ein Seil oder war es zweitens die Erstausgabe des Kamasutra? War es drittens ein Kondom, war es viertens ein Schraubenzieher oder fünftens ein Fächer mit erotischen Motiven? Ich tendiere zum Kondom. Das Kondom? Ja, ja, ich nehme das Kondom. Ich glaube, die waren damals immer noch ein und dasselbe und das hat man dann halt gewaschen oder hoffentlich gewaschen und wieder brennen. Nein, es war das Seil. Er hatte nämlich panische Angst vor Zimmerbrennen und hoffte sich so jederzeit abseilen zu können. Übrigens hätte ich gestern beinahe auch noch die andere Frage gestellt, warum er nicht einschlief, ohne einen Zettel neben sich liegen zu haben. Das hatte er deswegen, weil er auch panische Angst vor lebendig begraben werden hatte und hat sich dann nebendran immer einen Zettel hingelegt mit der Aufschrift Ich bin nicht tot. Gut, leider nicht gewusst, tut mir leid. Oh, verdammt, jetzt muss ich das, was ich vorhin vergessen habe, abzuziehen. Was waren es? 400. Dann sind wir bei minus 500, tut mir leid. Das ist, wenn man hier zu schnell klickt, dann ist das so. Also halten wir fest, beim Märchenschreiben hilft es panische Angst zu haben? Offensichtlich, ja. Ich glaube, wenn man die Märchen liest, dann kommt es einem so ein bisschen auch, kommt es auch wieder zur Geltung. Gerade die haben Christian Andersen-Märchen, sind ja ein bisschen skurriler. Gut, apropos Christian, du bist dran, glaube ich, ne? Ja, dann muss ich mich ja jetzt irgendwie da rausziehen. Und zwar mit 500 Bon Appetit. Oh, ja, Vorwärtsverteidigung, okay. Okay, woher hat das Eiergericht Strammer Max seinen Namen? Erstens nach dem preußischen Garde-Offizier Max Stramme. Oder ist zweitens Max in Abkürzung für maximal, weil es einfach sehr groß ist. Oder ist drittens, Penis, schrittens Max Mustermann, der das quasi benannt hat. Oder war es fünftens, ist es völlig ungeklärt? Nein, das ist die Eins oder die Fünf. Müssten das nicht Sechs-Antwort-Möglichkeiten sein? Ähm, stimmt. Ist die richtige Antwort dabei? Nein. Die Richtige Antwort ist. Hast du Glück gehabt, dir ist irgendwie runter rausgefallen. Da war noch eine eigentlich, ja. Aber eins oder Fünf, eins oder Fünf, eins oder Fünf, eins oder Fünf, eins. Darf ich was verraten? Das sind beide falsch. Das ist nämlich die Drei. Max ist ein altes Synonym für den Penis. Der Stramme Max ist dann, ja, was ihr euch schon denken könnt. Also das ist, deswegen wahrscheinlich auch mit Eiern. Ähm, okay. Nicht vergessen, oh, das wird jetzt, oh, der kann schon gar nicht dreistellig. Also wir müssen, du wärst jetzt vierstellig. Also du bist jetzt quasi bei 1300 Miese. Ja, alles klar. Du hast Plus gedrückt, drück mal nochmal. Achso, Entschuldigung, deswegen. Stimmt, der kann sogar. Ah, doch, danke, danke, danke. Perfekt, ich beherrsche mein eigenes Programm nicht. Super. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Aber Stramme Max wird auch meistens für Kinder angeboten. Ja, schon. Ich denke mir die Sache nicht aus, ne? Also anders als in der Show davor. So, Daniel. Ich nehme nochmal zur Sache, Schätzchen. Und zwar für 400. 400. Und dafür möchte ich gerne wissen von dir. 1674 beschwerte sich eine Frauengruppe in London, das in einem Getränk ihre Männer impotent machte. Welches war das? War das erstens Marte? Ach nee, war das zweiten Goldblatt? Nee, auch nicht. War das erstens Bier? Zweitens Wein? Drittens Kaffee? Viertens Tee? Oder fünftens Sekt? War 1674 Tee schon eine große Sache in England? Es war sechs Jahre nach dem großen Brand von London. Das hilft aber, glaube ich, innerhalb der Richtigkeit. Es hilft der Verwirrung. Es hilft der Verwirrung bei, ja. Ich nehme das Bier. Du nimmst das Bier? Ja, also nicht jetzt hier. Ach so, scheiße. Das wäre auch noch möglich gewesen. Antwort 1 ist leider falsch. Oder wie das Gerät hier sagen würde. No! Kaffee, tatsächlich. Die Frauen klagen nämlich nach dem Knuss. Ist das einzig Feuchte an ihnen, also den Männern, die Rotznase, das einzige Steife, die Gelenke, das einzig Spitze, ihre Ohren? Ja, also offensichtlich ist Kaffee nicht immer gut. Ja, okay. Nächste Frage. Oder Zwischenstand? Zwischenstand minus 400 Frank. Minus 500. Recht, Robier Christian, verschweigen wir mal einfach. Und Daniel minus 300. Wir schaffen das noch. Gut. Schräge Vögel 500. Schräge Vögel 500. Wie erhielt Anne Royal oder Royal? Als erste Journalistin ein Interview mit US-Präsident Quincy Adams. War es, indem sie erstens ins Weiße Haus eingebrochen ist? Oder zweitens, indem sie seine Kleider geklaut hat? Oder drittens, dadurch, dass sie ihn verführt hat? Oder sie hat einfach nur geweint? Viertens, fünftens, sie verkleidete sich als Mann? Oder war es sechstens, sie trank ihn unter den Tisch? Wann war das denn? In den 80er Jahren oder so? Quincy Adams ist 19. Jahrhundert. Ja, ja, 1800 irgendwas. Wollte eigentlich noch das Daten... Passte leider nicht mehr hin. Das wollte ich, weil ich es mir umwerken wollte. Okay. Ja. Also ich finde ja sechs lustig. Deswegen nehme ich das. Nimmst du das? Bist du ganz sicher? Ich trank ihn unter den Tisch. Machst du ein bisschen Güter hier auch. Machst du ein bisschen Güter hier auch. Sind sie sich ganz sicher mit dieser Antwort? Sehr natürlich, sie trank ihn unter den Tisch. Trank ihn unter den Tisch? Schauen wir mal nach, ob das stimmt. Hätte sie mit mir auch hingekriegt. Leider nein, sie passte nämlich sein morgendliches Bad im Potemacraver ab und weigerte sich, ihm seine Kleider zurückzugeben, bis er das Interview gab. Ich werde das in meiner Journalistenkarriere im Gedächtnis behalten. Kann man öfters anwenden. Gut, Elektrobier. Ja, ich werde wieder die Fügung übernehmen. Ich bin mir ganz sicher. Und zwar hätte ich gerne schräge Vögel 300. Ich muss ja nur besser werden als Daniel. Achso, stimmt, richtig. Märchenkönig Ludwig II. plante hiermit, die bayerischen Staatsschulden auszugleichen. War das erstens die Vermietung von Schloss Neuschwanstein für Filmaufnahmen? War es zweitens ein Banküberfall? War es drittens die Heirat mit Sissi, der Elisabeth von Österreich? Oder war es viertens eine horrende Biersteuer? Also das mit dem Filmaufnahmen halte ich für zeitlich schwierig. Banküberfall ist, glaube ich, auch relativ unsinnig. Ich schwanke zwischen der dritten und der vierten Variante. Also er plante heißt wahrscheinlich, er hat es nicht durchgeführt. Und da vermute ich mal, würde Biersteuer schon passen. Weil dann das Untertanenvolk sich doch aufgelehnt hat. Ich nehme viertens die Biersteuer. Die Biersteuer. Und du wolltest dich ja ausgleichen. Absolut. Ja, hat leider nicht geklappt. Mist. Es war nicht der Banküberfall. Er hat tatsächlich geplant, inkognito die Bank zu überfallen, um damit die Staatsschulen auszugleichen. Ein etwas komischer Plan, aber hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Tatsächlich war er mit der Schwester von Sissi 1867 kurz verlobt für ein paar Monate. Aber mit Sissi selber dann doch nicht. Ja, Filmaufnahmen dann leider doch knapp. Filmaufnahmen ein bisschen zu früh. Das war natürlich eine Finte. Das war klar, dass das nicht geht. Kann ich wenigstens 100 Punkte dafür haben? Was meint ihr, Publikum? Nein, 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 okay, nein. Sorry. Sorry. Okay. Weiter geht's mit Christian. Ja, ich muss ja da immer noch raus und dann versuche ich's mit Einfachgöttlich 500. Einfachgöttlich 500. Welche dieser angeblichen Reliquien gab es nicht? Also, beziehungsweise, von denen man sie ausstellte und sie als solche bezeichnet. War es die Vorhaut von Abraham? War es ein Strahl aus dem Stern Bethlehems? War es der Säufzer Josefs, als er sich bei der Arbeit auf den Daumen gehauen hatte? War es viertens das Ei vom Heiligen Geist oder war es fünftens ein Halm vom Strohsack des Nepomuk? Heiliger Strohsack. Was ist mit Ei gemeint? Ein Ei von der Heiligen Geist, ist ja als Zaube dargestellt worden. Und da könnte es natürlich auch ein Ei gegeben haben. Ich war ganz abwegig. Ja, ganz abwegig, genau. Christian, du hast auch noch den Publikumsjoker. Nicht vergessen. Den hebe ich mir auf. Okay. Ich nehme den Säufzer Josefs. Säufzer Josefs, ja, es fiel heute schon mal, ich helfe mir ein bisschen helfen, es fiel heute schon in der Kandidatenrunde ein guter Hinweis. Das hilft mir jetzt nicht. Na gut, dann nicht. Verdammt. Warte mal. Also ich helfe mir so weit, dass es vielleicht das nicht ist. Ja, okay, das dachte ich mir jetzt. Vielleicht. Das ist alles so absurd. Deswegen traue ich das jedem alle 5-D-Kirche zu. Ich habe 5 gehört. Okay, 5 ist richtig. Ja, der Heim. Genau. Das war, wie ich schon gesagt habe, ein heiliges Strohsack. Das war doch ein offensichtlicher Finte. Das gab sich der Rest tatsächlich als Reliquien verehrt und auch in den Kirchen ausgestellt. Super. So gut gewusst. Kaum geholfen. Oh, Entschuldigung. Die Vorhaut, davon hat man schon gehört. Die Vorhaut Christi, da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Aber die Vorhaut Abkrams war mir damals auch neu, als ich das hier recherchiert habe. Okay, das sieht schon besser aus. Ja. Gut. Ich sage, bon appétit für 400. Bon appétit 400. Warum machte eine Packung Kaugummi 1974 Geschichte? Das könnte man sogar schon mal gehört haben. War es erstens, weil es ein Hauptindiz im Neuruppiner Mordfall gewesen ist? War es zweitens das erste Produkt, das einen Barcode hatte? War es drittens, deswegen, weil darin ein Mikrofon beim Watergate-Skandal versteckt gewesen war? War es viertens ein Werbeskandal um Mohammed Ali? Oder war es fünftens das wichtigste Schmuggelgut in die DDR? Fünf könnte natürlich sein, aber ich meine tatsächlich schon mal irgendwas gehört zu haben. Und deswegen nehme ich die Eins. Die Eins? Die Eins. Sind Sie sich da ganz sicher? Nö, natürlich nicht, aber... Also ich gebe noch fünf Sekunden. Kriege ich den Umschlag und die 400 Euro und nicht vor drei nehmen? Ich bleibe bei der Eins. Bleibst du bei der Eins? Ja. Ich habe es versucht. Es war tatsächlich die Zwei. Es war das erste Objekt, das jemals einen Barcode hatte und das man an einer Registrierkasse gescannt hat. Eine Packung Brickless Kaugummi. Die liegt heute noch im Smithsonian Museum in Washington. Die Kasse? Nein, aber der Kaugummi samt Zettel von der Kasse. Okay. Ist der Kaugummi benutzt oder unbenutzt? War das ausgestellt? Ich glaube unbenutzt, weil man tatsächlich nur getestet hat und hat es dann aufgehoben und lustigerweise ist dann bis heute noch vorhanden. War das schon mit Laser oder... Also ich habe die Geschichte davon irgendwann mal gelesen. Die hatten am Anfang sehr starke Lampen, die dann das Gänengut so stark aufgeheizt haben, dass das Ganze doch relativ unpraktisch war. War es wohl tatsächlich. Die Idee war ja tatsächlich aus dem Morse-Code entwachsen. Also dicker Strich, dünner Strich. Ja. Das einfach nur nach unten verlängert. Angeblich hat der Erfinder das entwickelt, als er... Da muss man seinen Arbeitgeber mal sagen, der man nämlich am Strand den Tag verbracht hat und dann einfach im Strand Striche gemalt hat. Und dann fiel ihm auf, das wäre doch eigentlich eine super Idee für einen Registrier-Code. Mittlerweile ist das System ein bisschen anders geworden und man macht es auch nicht mehr mit den starken Lampen. Aber im Prinzip ist es am Strand geboren. Also wir müssen mal öfters mal einen Urlaubstag freikriegen. Das ist ganz hilfreich. Okay. Wer hat das gesagt? Du war Daniel, ne? Ja. Genau. Oh, jetzt bist du schon dreistellig. Ja, vierstellig. Okay, schauen wir mal weiter. Der Frank ist jetzt wieder dran. Ich führe schon wieder. Das ist ja super. Ich nehme Bon Appetit 200. Bon Appetit 200. Bitte nicht die schrägen... Das sind die schrägen Vögel gewesen, aber ich nehme sie. Achso, Entschuldigung. Verzeihung, Verzeihung. Falsch getippt. Ja, gut. Thomas Birch, Bibliotheksleiter des British Museum im 19. Jahrhundert, hatte eine besondere Angelmethode. Welche? Erstens, er stand stundenlang als Baum verkleidet am Ufer. Zweitens, er konnte Fische durch Geblubber anlocken. Oder drittens, er verströmte für Fische einen anziehenden Geruch. Wie war dieser Geruch? Fischig, fischig wahrscheinlich. Ich frage mal das Publikum, weil das hier noch keiner gemacht hat. Ja, was meint das Publikum? Wer ist für eins? Er stand stundenlang als Baum verkleidet am Ufer. Um Fische zu fangen, gibt es keine Handmeldung? Gibt es jemand? Nein. Gab es zweitens? Doch, sei, eine. Einer ist für Cosplay, okay. Zweitens, konnte Fische durch Geblubber anlocken. Wer meint das? Da hinten, jemand? Genau. Das ist eine Form von Podcast. Ja. Und drittens, er verströmte für Fische einen anziehenden Geruch. Wer meint das? Da hinten, Martin? Okay, Martin. Sie haben als einer. Das ist jetzt wenig hilfreich gewesen. Nicht hilfreich, schade. Wofür entscheidest du dich? Ich, ich, ich entscheide mich für den Geruch. Für den Geruch? Bist du dir ganz sicher? Nein. Ach so, na gut, dann gucken wir trotzdem mal. Und es war, wie der Name wird, schon sagte, hielt er sich für die perfekte Birke und hat sich dann auch mit Laubwerk ausgestattet. Das war dann irgendwie auch Stadtgespräch in London. Tjo, also doch Cosplay for the win. Cosplay for the win, ja. Sorry, dass es die falsche Prategorie war. Hey, Tobi, ja, was darf es sein? Schräge Vögel ist leider aus. Ich hätte dann gerne zur Sache Schätzchen für 500. Sache Schätzchen für 500. Oh, Baby Double. Das ist bei Jeopardy. Normalerweise der Fall, dass du jetzt einen Betrag eingeben kannst, den du setzen kannst. Das große Problem ist, ich weiß nicht, was passiert, wenn die Beträge negativ sind. Ich habe die Vermutung, wenn ich minus 800 Punkte setze und dann falsch fliege. Gewinnst du die. Ja. Ich befürchte, der wird dann auch abgezogen. Also ich schätze mal, du kannst auch einen Betrag zwischen 1100 und 0 setzen und der wird dann gut geschrieben. Und ich würde sagen, wir machen es einfach so, weil du jetzt gerade das Glück hast. Ich nehme an, ich weiß schon, was du machen wirst dann. Ich nehme 500. Ich probiere es mal, wenn es nachher nicht klappt. Wir haben 1100, merkt ihr das bitte? Dann kann man das noch händisch verändern. Okay. Ich habe 800 minus. Also ich setze davon nur 500 und wir schauen mal, was passiert. 500, gucken wir mal. Alles da? Das ist eine sehr diskodianische Zahl. Ach du, ich bin verrutscht. Alles da. Diskodianische Zahl. Okay. Mittelalterliche Bußbücher regelten die Strafen bei der Beichte verbotener Sexualpraktiken. Jetzt sind hier die Nummern verschwunden. Aber wofür bekam man die höchste Strafe verdonnert? War es für erstens Masturbation? War es zweitens für Sex im Stehen? War es drittens für Analsex? War es drittens für die Löffelchenstellung? War es viertens für die Reiterstellung? Hat die Frau oben? Oder war es sechstens sechs im Sitzen? Ich vermute, das ist die Reiterstellung mit der Frau oben, weil es einfach nicht sein kann, dass die Frau über dem Mann ist. Das wird damals sicherlich der Kirche ein Dorn im Auge gewesen sein. Und das ist die perfekte Antwort. Genau. Dafür bekam man nämlich tatsächlich eine Strafe von drei Jahren Wasser und Brot. Also durfte man nichts anderes essen als das. Verhängt und natürlich dann entsprechende Bußübungen. Bei allen anderen Übertretungen war es nun mal gerade 30 bis 40 Tage. Also ein kleiner Unterschied zwischen drei Jahren und 30 bis 40 Tagen. Sehr schön. Gucken wir mal, ob es auch klappt. Mal schauen. Ja, es funktioniert. Ist ja perfekt. Sehr schön. Damit führe ich jetzt wirklich. Dann führst du wirklich tatsächlich. Aber Christian kann sofort aufholen, wenn er möchte. Ja, ich bleibe bei Einfach Göttlich und nehme dann die 300. Einfach Göttlich 300. Die Einwohner der melanesischen Insel Tanna verehren einen ganz besonderen Gott. Welchen? Erstens einen Penis. Zweitens den Ehemann der Queen. Drittens Donald Trump. Oder viertens den Eiffelturm. Das ist eher eine rezente Geschichte. Das fällt mir gerade auf. Na super. Das ist ja echt nur zum Raten. Also der Penis wäre sehr offensichtlich. Der wäre sehr offensichtlich. Und Donald Trump glaube ich nicht. Ja, die haben alle irgendwas ähnliches miteinander. Wo sind denn die melanesischen Inseln? Das ist in der Südsee. Pazifischer Ozean. Pazifischer Ozean, ja. Ich nehme den Ehemann der Queen. Der Ehemann der Queen meinst du? Und das ist richtig. Das ist nämlich Prinz Philipp. Prinzgemalt von Queen Elizabeth. Woher kam das? Als die Queen ihren Antrittsbesuch gemacht hat. In den 50ern. Nee, wann ist sie dran gekommen? Ich glaube ja in den 50ern. Hat sie mit ihrem Mann zusammen eine jahrelange Reise gemacht. Durch alle ihre Gebiete, die der Krone unterstanden. Und hat dann unter anderem eben auch diese Insel besucht. Und da die Einbewohner dort nicht sich vorstellen konnten, dass eine Frau regiert, und hielten sie ihn für sozusagen den Höheren von beiden. Und haben ihn dann nachher als auch eine Art Gottheit verehrt. Tatsächlich. Bis heute. Ist aber eher, glaube ich, mittlerweile ein bisschen mehr Folklore, als dass es wirklich geglaubt wird. Aber sehr schön. War richtig. Sehr schön. Was ist nur noch? Minus 500. Hol es langsam auf. Mühsam ernährt sich die Meisterin. Daniel, du musst da ein bisschen nachholen. Ich nehme Menschliches, allzu Menschliches für 500. Menschlich, allzu Menschliches für 500. Schauen wir nach. Wie wollte sich der sächsische Kurfürst beim Konstanzer Konzil, 1414 bis 1418, beim Kaiser einschmeicheln? Hat er erstens die Stadt Rosa gestrichen? Oder hat er erotisches Gebäck verschenkt? Stellte er drittens Toiletten auf? Zählte viertens die Prostituierten in der Stadt? Fünftens schickte er seine Tochter? Oder sang er einfach sechstens? Alles sehr skurril, aber eins davon hat er wirklich getan. Der Gesang erscheint mir so ein bisschen profan. Dass man irgendwie seine Tochter jemandem zum Mann gegeben hat, kam auch nicht so selten vor. Also es sollte gemeint sein, er schickt seine Tochter statt dessen. Also er kommt nicht selber, sondern schickt seine Tochter. Achso, ich dachte so als Gastgeschenk. Nee, nee, das wäre natürlich auch schick, aber in dem Fall gemeint ist es was anderes. Wann war nochmal die Sache mit der Pornokratie im Vatikan? Ähm, unter anderem auch dort, auch 15. und 16. Jahrhundert. Kommt hin, kommt hin. Ich nehme die Vier. Die Vier, komisch. Überraschenderweise ist das richtig, genau. Erzählte mich tatsächlich die Hunderten von Prostituierten, die für die hohen Herren in die Stadt gereist waren. Vielleicht kennt jemand der eine oder andere das Buch, die Wanderhure, ein schlimmes Buch, aber es spielt genau mit dieser Zeit. Es waren insgesamt 700 zugelassene Damen. Es gab da noch mehrere, die nicht offiziell zugelassen waren. Und wie viele Herren? Es waren angeblich bis zu 60.000 Männer in der Stadt, die dann beim Konzil teilgenommen haben. Die Zahl war heiß diskutiert, ob das so stimmt oder nicht. Ob die gleichzeitig oder nur insgesamt... Da war aber auch nichts mit 35 Stunden Woche. Für die Frauen nicht, nee. Waren ja auch viele Kleriker. Ja, also deswegen wahrscheinlich mussten eben mehr Damen arbeiten. Dann habe ich den entscheidenden Hinweis geliefert. Hast du genau richtig geliefert. Nein, das habe ich natürlich auch so gewusst. Sehr schön, schön aufgeholt. Gut, Frank, du musst wieder aufholen. Du bist jetzt nämlich hintertreffen. Welche Frage will ich diesmal falsch beantworten? Ich nehme tierisches 500. Tierisches 500. Das ist auch tierisch schwer. Ich bin hier gerade von Ameisen angegriffen. Der Autor Wladimir Nabokov, der unter anderem Lolita geschrieben hat, sammelte ab 1942 professionell was? War es erstens Elefantenpenisse? Waren es zweitens Pinguinpenisse? Waren es drittens Schmetterlingspenisse? Waren es viertens Schnabeltierpenisse? Waren es fünftens Walpenisse? Oder sechstens gar nichts davon? Und ich habe mir alles nur ausgedacht. Sechs wäre frech. Das einzige wirklich Sammelenswerte davon sind mit Sicherheit die Schnabeltierpenisse. Hm, du legst dich auf Nummer vier fest. Ganz sicher. Ich habe gesagt, ich werde diese Frage falsch beantworten. Und ich kann ab jetzt nur noch, ich kann nicht mehr enttäuscht werden. Ja, du hast vollkommen recht. Du hast sie falsch beantwortet. Ja! Es tut mir leid. Es war tatsächlich zweitens, er arbeitete nämlich sechs Jahre lang als Kurator im Museum für vergleichende Zoologie in Harvard. Und da sind Schmetterlingspenisse nämlich ganz wichtig für die Unterscheidung der Arten. Das ist also relativ harmlos, aber hört sich auf den ersten Blick natürlich sehr skurril an. Tut mir leid. Tja, man sollte halt seinen Rekorde irgendwie aufstellen. Und ich glaube, ich bin auf dem besten Weg. Du führst von hinten. Also du hast immerhin den vierten Platz schon erreicht. Gut, weiter geht's mit Elfrobier. Ich hätte gerne Bon Appetit 200. Bon Appetit 200. Der Name der Auberginie leitet sich vom Sanskrit-Wort, wie auch immer man es ausspricht, Vatigana ab. Das bedeutet erstens, wo der Darmwind geht. Zweitens, macht die Achselhaare schön. Oder drittens, wem das Schäferstündchen schlägt. Also das mit Klammer habe ich noch selber dazu gefügt, weil es genau das meint. Und jetzt hebt das Dach ab. Ja gut, alles klar. Es ist nicht weg. Es ist kein Zeichen. Ich kann mir davon nichts erklären. Oder ich will mir davon nichts erklären können. Ich hätte gerne das dritte. Das ist am anzüglichsten. Das dritte. Das Schäferstündchen. So denkst du von mir, dass ich immer das anzüglichste nehme. Damit hast du mal falsch gelegen. Das war nämlich tatsächlich das erste, wo der Wind geht, gemeint der Darmwind. Also sprich, dass man wohl mit Blähungen diese Frucht verbunden hat. Wobei bis heute nicht ganz klar ist, ob man meint, dass die Frucht gegen die Blähungen hilft oder sie gerade verursachen. Tut mir leid. Gehen, weiter geht's. Ja, dann wird's ja jetzt Zeit für mich, ein bisschen konservativer zu bleiben. Und ich nehme zur Sache Schätzchen 100. Zur Sache Schätzchen 100. Mittelalterliche Feudalherren hatten bei Ihnen abhängige Damen das Recht auf, erstens das letzte Hemd oder zweitens die erste Nacht? Die erste Nacht. Ganz sicher? Ja. Ach, da hab ich nicht in die Falle gelockt, tut mir leid. Die erste Nacht, das gab es wahrscheinlich gar nicht. Das letzte Hemd tatsächlich. Dem Herrn stand nämlich das sogenannte Bestgewand als Erbteil beim Tod einer abhängigen Untertanin zu. Das heißt also, nachdem wurde sozusagen das Festtagsgewand an die Herrschaft abgegeben. Die erste Nacht ist ein Gerücht? Die erste Nacht ist tatsächlich eine Urban Legend. Okay, verdammt. Die hat's nicht so gegeben. Aufgesessen. Jedenfalls nicht im Mittelalter. Hat noch diskutiert, ob es vielleicht früher bei den Germanen irgendwas in der Art gab, aber auch das ist relativ unwahrscheinlich. Auch wenn sich sehr viele Bühnenstücke und viele, viele andere Dinge, unter anderem auch Braveheart und sowas, über diese Geschichte drehen. Es hat so nicht stattgefunden. Das hätte der Kirche damals auch nicht gefallen. Oh, ähm, beinahe hätte ich vergessen, die Punkte abzuziehen. Was passiert? So. Weiter geht's. Ich nehme... Nein, nein, jetzt schon. Tierisches für 400. Beste Dennis. Ähm, tierisches 400. Charles Dickens mochte seinen Lieblingskater, Bob Cratchit, so sehr, dass er erstens durchsetzte, dass er von der Queen geadelt wurde. Oder was? Zweitens, er machte aus der Pfote einen Brieföffner. Drittens, machte er vielleicht eine, benannte er vielleicht eine Figur aus A Christmas Carol nach ihm? Oder war es vier, das ist mit Onkel Scrooge und den vier Geistern der Weihnacht, drei Geistern der vergangenen Weihnachten und sowas. Oder war es viertens, hat er ihn als Alleinerben eingesetzt? Oder stimmt vielleicht gar nichts davon? Ich habe ja alles wieder ausgesagt. Also ich habe später schon von weniger Prominenten gehört, die ihr Zeugs dem Haustier vermachen, so als Alleinerbe. Oder zumindestens habe ich die Geschichten darüber gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Bei ihm habe ich das nicht gehört. Am plausibelsten würde mir noch die drei erscheinen, aber es geht ja hier auch nicht um Plausibilität. Nicht immer. Ich habe noch ein paar Greifen von denen. Ich tendiere fast zur Eins. Oder möchtest du vielleicht das Publikum noch befragen? Jetzt habe ich aber schon gesagt, wohin ich tendiere. Jetzt ist das Publikum stark beeinflusst. Wir kennen das ja von Günther ja auch. Ich nehme einfach die Eins. Du nimmst die Eins. Bist du ganz sicher? Nein, überhaupt nicht. Willst du dir die Antwort nochmal ändern? Nein. Ich glaube, wenn ich das frage, dann hätte man eigentlich immer wiederkommen sollen. Das ist vielleicht falsch. Tatsächlich macht er aus der Pfote seines Lieblingskater einen Brieföffner. Drittens stimmt aber fast. Er benannte nämlich tatsächlich den Kater nach der Figur. Bob Cratchit. Ich kenne die Geschichte nicht von daher. Das ist dieser arme Angestellte, den er dann anschließend besucht und dann ist fest nach Essen spendiert. Okay. Genau. Nein, nein, nein. Daniel, Daniel. Daniel, schon. Bin ich irgendwie schon verwirrt hier. Hätte schon gepasst. Ja, ja. Komm, wir ziehen ja auch noch ein bisschen. Ja, auch noch. Gut. Bleiben noch ein paar Fragen übrig? Wer ist dran? Frank. Ich nehme menschliches und allzu menschliches für 300. Menschlich, allzu menschliches, 300. 300, damit ich möglichst wenig Punkte am Ende habe. Ah, ich weiß nicht, du versuchst das Feld von hinten aufzurollen. Genau. Sonnenkönig Ludwig XIV. Wählte einen besonders romantischen Ort für die Verlobung mit seiner zweiten Frau, Madame de Maintenance. War es erstens die Folterkammer oder zweitens die Toilette oder war es drittens das Schafott oder war es sogar das Bordell viertens? Das Schafott wäre natürlich nett. Bei unserer Kammer kann man sich schon vergnügen, je nach Interessenlage. Ja. Je nach Interessenlage. Je nach Interessenlage. Veranlagung, ja. Ich versuche trotzdem mal das Schafott. Das Schafott, die drei. Ja. Bist du ganz sicher? Nein. Am Ende war es sowieso das Bordell. Kann sich noch umentscheiden. Ich bleibe beim Schafott. Ist das alles absurd? Tut mir leid, es war die Toilette. Toilette. Das war damals relativ unüblich, dass man tatsächlich sogar Audienzen auf der Seite gab. Hätte man drauf kommen können. Und auch die Verlobung fand dort statt. Sehr romantisch. Na, ich sag's ja. Du rollst wirklich das Feld von hinten auf. Ich will noch auf die 2000 kommen. Ja, das stand auf einem guten Wege. Gut, es gibt noch ein paar Fragen übrig. Elektrobier. Ja, ich hätte gerne Bon Appetit 100. Bon Appetit 100. Schon die Neandertaler mochten Gemüse als Beilage. Aber woher wissen wir das eigentlich? Waren das Urealiten, versteinerte Haaren? Oder waren es Konkremente, versteinerte Zahnsteine? Ich kenne Koproliten, aber die tauchen nicht auf. Nee, das wäre ja zu einfach. Ich vermute Haaren. Das ist schwierig, dass das in einem Gebinde bleibt und versteinern kann, weil sonst ist das feucht und weggeregnet. Ich nehme die Konkremente. Und da bist du auf der richtigen Spur. Genau, weil das andere habe ich mir ausgedacht. Das gibt es tatsächlich nicht. Es war tatsächlich Zahnstein. Koproliten weiß man es auch, deswegen habe ich ihn reingeschrieben. Aber die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse dazukommen jetzt gerade rein von der Untersuchung von Zahnsteinen tatsächlich. Blasensteine nicht? Haben sich, glaube ich, nicht erhalten. Ich glaube, die halten sich auch nicht im Boden. Habe ich noch nicht davon gehört. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich habe einen Klappspaten. Wer hat Blasenstein, Galenstein? Gut. Ja, der Christian ist dran. Der nimmt menschliches, also menschliches 100. Menschlich, also menschliches 100. Lass mir noch ein 100 übrig, wenn du ja 2000. Das könnte klappen. Mit welchem Hilfsmittel wollte der amerikanische Arzt George Taylor vor 130 Jahren die sogenannte weibliche Hysterie heilen? War es erstens mit Tampons oder zweitens mit einem Vibrator? Ich meine, das habe ich schon mal gehört und das wäre ein Vibrator gewesen. Und das stimmt natürlich vollkommen. Als mein Vibrator entdeckte, dass er eine beruhigende Wirkung auf Frauen hatte. Offensichtlich. Wie überraschend. Wie überraschend, genau. Als man noch eine Behandlung auf Rezept kriegen konnte. Der erste Massagestab der Geschichte. Genau, tatsächlich wurden die auch so beworben als Massagestab. Ja, ja, ja. Also das ist ganz lustig. Gut, Daniel. Hast du noch die Wahl zwischen tierisch 100, tierisch 200 und zur Sache Schätzchen 300? Ich nehme zur Sache Schätzchen 300. Sachen Schätzchen 300. Wer, welcher Mann, also Frauen wahrscheinlich früher, hat eigentlich die Klitoris entdeckt? War es, das ist jetzt gemeint, war es erstens Vespucci, war es zweitens Kolumbus, war es drittens Magellan oder war es viertens Raleigh? Wo war Raleigh noch mal unterwegs? War es Südamerika oder? Der ist im Dienst der Elisabeth II. unterwegs gewesen. Das weiß ich, aber wo? Ich glaube Karibik, ja. Karibik, okay. Naja, es geht schon um die Anatomie. Ich wollte gerade fragen, ob die Klitoris auch irgendwie so eine kleine Hügelgruppe in Hawaii oder so ist. Noch nicht. Wer weiß, was macht diesen Podcast passiert? Da ich, ohne jetzt dem Publikum zu nahe treten zu wollen, glaube, die würden da genauso blind raten wie ich, kann ich auch selber raten und nehme den Herrn Magellan. Den Magellan. Ist das deine endgültige Antwort? Ja, natürlich. Ich weiß es ja doch nicht. Ja, wenn ich das frage, ist es immer falsch. Okay, es war gemeint, es war tatsächlich Kolumbus. Allerdings nicht der Seefahrer Christoph Kolumbus, sondern der Anatom Rinaldus Kolumbus. Aber wie gesagt, die Frauen haben das wahrscheinlich, fanden das eine sehr überraschende Entdeckung. So ähnlich wie die, wahrscheinlich die Einwohner Amerikas von der Entdeckung Amerikas überrascht waren. Gut. Daniel. Wo stehe ich denn jetzt überhaupt? Ich sehe es da. 1.300 Minus. Tut mir leid. Jetzt noch die letzten zwei Fragen. Es geht nicht ganz auf. Das fällt schon gerade fest. Dann nehme ich tierisches 100, damit ich noch auf 2.000 komme. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn du Folgendes nicht weißt. Hat Ossi Osborn wirklich einmal bei einem Konzert einer Fledermaus den Kopf abgebissen? Ja. Erstens oder zwei? Nein. Kann ich wirklich bloß eine Münze werfen? Ja, das Bild ist tatsächlich authentisch von ihm. Ich habe ja schon. Das ist nicht verändert. Ich sage einfach mal, tatsächlich nein, aber ich muss ja sagen, wenn ich die 2.000er haben will, insofern ich das glaube und ich sage einfach mal ja und hoffe, dass ich falsch liege. Also wenn du falsch liegst, dann liegst du richtig. Nein, umgekehrt, wenn du richtig liegst. Jetzt komme ich durcheinander. Genau das. Das hat eigentlich geklappt. Das stimmte nämlich tatsächlich. Er hielt das auf die Bühne geworfene Tier nämlich für ein Gummispielzeug. Dazu muss man wissen, dass es bei seinen Konzerten üblich war, dass Dinge auf die Bühne geworfen wurden, die dann meistens eben Gummispielzeug waren. Und da hat er das öfter schon mal gemacht, bis einer mal tatsächlich ein echtes Tier nach oben warf. Der arme Kerl musste dann mehrere Tetanus-Spitzen kriegen und konnte dann zwei Wochen lang nicht sitzen, heißt es. Ja, tut mir leid, hat nicht ganz geklappt mit den 2.000. Letztes hat der Elektrobier. Lass mich kurz überlegen. Ich nehme Tiergeschiss für 200. Bist du sicher, dass du das nehmen willst? Gut. Was erfand der amerikanische Arzt Altheus Myers 1854? War es erstens ein Gerät, das das Bählen vom Hunden dolmetschen sollte? War es zweitens eine Brauanlage für Bier aus Elefantendung? Oder war es drittens eine lebendköder Falle für Bandwürmer? Das erste klingt einfach zu technisch. Das zweite, das klingt schon... Bier ist immer gut. Da steckt ja auch in meinem Namen drin, ne? Lebenköder Falle für Bandwürmer halte ich auch so. Woher fängt man die dann? Steckt man sich das dann in Körperöffnungen? Ich möchte das Publikum befragen. Die letzte Gelegenheit. Es gibt noch eine Finalfrage. Also habt ihr noch eine Chance? Ja, ich nutze das jetzt schon. Okay. Ja, wer ist für Körperöffnung? Einmal die Hand hoch. Bandwürmer fangen in Körperöffnungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, wir können das an der Stelle abbrechen. Okay. Ja, ähm... Scheinst du dich dafür? Nein, ich traue dem Publikum nicht. Ich nehme zwei. Du nimmst zwei? Darf ich dir was verraten? Du hättest dem Publikum vertrauen sollen. Das war nämlich tatsächlich... Die ist nämlich auch rechts abgebildet. Der Patient sollte nach einer Fastenzeit eine mit dem Köder versiehene Falle schlucken. Der Wurm würde dann den Köder packen und so mit dem Faden, der den Patienten aus dem Mund hinge, herausgezogen werden können. Wir wissen nicht, ob diese Erfindung jemals eingesetzt worden ist. Ich hoffe für die Patienten nicht. So. Wir nähern uns dem Finale. Das Finale besteht aus einer ähnlichen Frage. Wiederum mit, ich glaube, fünf Antwortmöglichkeiten. Und ihr könnt jetzt setzen. Und zwar, ähm... Ja, ich würde es einfach so einfacher als selber machen. Ihr könnt, ähm... Ähm, ähm... Einen Betrag, ja, bis zu 2.000 Euro setzen, den ihr entweder dann verliert oder das Doppelte gewinnt. Jetzt könnt ihr euch verfolgen. Dafür habe ich jetzt hier diese Kärtchen, damit ihr euch nicht gegenseitig... Nicht gegenseitig die... Könnt ihr auch gleich behalten. Ich brauche nämlich dann die Antworten von euch auf der Rückseite dann dieses Kärtchens. Also erstmal zeigt ihr mir bitte geheim. Ich habe leider nur einen da. Ähm, hat noch jemand sonst ein Edding? Wir müssen gleich... Wir sind auch gleich am Ende. Ganz schnell. Ein Betrag zwischen einem und... Oder null und 2.000 Euro. Hören wir erst die Frage, oder... Äh, nein. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das sonst andersrum war, oder? Ja. Äh, ich gucke mal, was passiert, wenn ich auf Finale drücke. Nein, das kommt... Erst... Erst muss ich die, äh... Tatsächlich die Dinge ein... Einfügen. Bis bei dem Spiel ist es... Bei der Spielvorlage ist es so. Das heißt, wir müssen dir die Karten geben. Du tragst das ein, dann kriegen wir die zurück. Ja, oder... Zeigt mir das ganz kurz so, dass wir anders... Oder zeigt mir das aber ganz kurz, weil dann könnt ihr keiner mehr was verändern, wenn ihr es draufgeschrieben habt. Achso, ja, genau. Man muss es ja nicht mehr geheim halten. Es sei denn, die... 500. 500, genau. Äh, ja, sind das drei Stellen, ne? Das sind drei Stellen, ja. Genau. Man wusste nicht, ob der Finger noch davor ist. Das sind... Ah, ja, okay. Das ist ein Datum. Und bei dir sind es... Ah, okay. Das ist ein Datum. Okay, wir beginnen. Die Frage lautet... Finale. Mit welchem seltsamen Plan wollte der Vize-Chef der britischen Spezialkräfte Charles Hambro? 1941 Hitler-Deutschland destabilisieren. War es erstens mit über Deutschland abgeworfenen Sexpuppen? War es zweitens mit einem negativen Horoskop? War es drittens mit einer künstlich herbeigeführten Grattenplage? Oder was viertens einfach mit Parfüm? Ihr habt genau 30 Sekunden Zeit, eure Antwort aufzuschreiben? Einfach die Nummer. Laut. 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 Noch 10 Sekunden Du bist das Kannst leider nicht beenden Sehr schön Und die Was haben wir denn Die 4, die 1, die 2 und die 1 Wir schauen uns was die Antwort ist Ich lag gerade daneben Tut mir leid Denn es ist die 2 Mit einem Horoskop, das den Tod Hitlers Oh, du hast die 2, hey, Entschuldigung Genau, der Christian hat es richtig, perfekt Der nämlich den Tod Hitlers Für 1942 voraussagte Dieses Horoskop sollte in Deutschland In Zeitschriften eingeschmuggelt werden Doch der kurz zuvor erfolgte Astrologisch, angeblich astrologisch Motivierte Flug von Rudolf Hess nach England Von 1941 Führte dazu, dass Hitler ab sofort alle Astrologie Ablehnte, das hätte also nicht funktioniert Wie so viele Pläne, die man gegen Hitler Geschmiedet hat Es gab ja unter anderem auch den Versuch Sein Essen mit Hormonen, weiblichen Östrogenen zu versetzen Damit seine Entscheidungen Möglichst weiblicher werden Und er vielleicht dann von dem Krieg absieht Hat nicht geklappt, weil man gar nicht An die Vorkoste herangekommen ist Christian hat es gewusst Bei den anderen muss ich es abziehen Und dann lautet das Endergebnis Oh, Frank Wir fangen von hinten an Frank führt von hinten das Feld Hast du da das Falsche eingegeben? Das musste hinten eine Brei sein Oder wird das gerundet? Ich glaube, das wird gerundet Kann sein Ach Mist Ich wollte minus 2333 haben Achso Achso, es wird glaube ich nur einfach abgezogen Nicht doppelt Pass auf, wir können das noch ändern Naja, geht leider nicht mehr Also wir sagen einfach Es sind minus 3333 Jetzt verstehe ich auch die Zahl Dann folgt Daniel mit minus 2300 Dann Elektrobier mit 1100 Und es führt mit negativ 400 Punkten Damit quasi der Tagessieger Der Christian Und ich danke fürs Zuschauen Fürs Zuhören Es gibt natürlich auch Preise Christian Darf hier eine Flasche Nutterwein überreichen Viel Spaß beim Trinken Und für die Mitspieler habe ich natürlich auch noch was Ihr kriegt hier was noch Ein, zwei Von den Von den Thesen Nicht an Wände werfen Das ist schon mal schief gegangen Wohlbekommst Vielen Dank fürs Zuhören Zuschauen Und vielleicht bis zum nächsten Mal Für die